Servus Leute! Willkommen zu einem neuen Display. Das nennt sich Little Nightmares. Ich hatte ja gesagt auf Twitter, bis zu einem Video, in der Minecraft-Video sogar, dass ich die zu spielen noch spielen will, bevor dann der zweite Teil nächstes Jahr im Februar veröffentlicht wird. Und ich dieses Spiel gesehen habe bei Gronk und ich dachte mir so, Bruder, das muss ich spielen. Und so, ja, okay, warte ich noch ein bisschen und dann habe ich YouTube angefangen, 2019 und dann bin ich so, komm, bringe ich das auf YouTube und ich mache es jetzt. Wir drücken aber mal die X-Teste. Suche nach Inhalten zum Herunterladen. Moin! Gibt er jetzt mit dabei der DLCs? Spiegel direkt anpassen, bis das Auge kaum zu erkennen ist. Also hier so. Little Nightmares kräftet regelmäßig auf Daten zu. Bitte nicht abschalten, wenn dieses Symbol zu sehen ist. Okay, ja. Oh, lol. Kapitel-Auswahl. Kapitel-Auswahl. Ich hätte auswählen. Moin! Hilfe! Hilfe! Help! Help me, I'm under the water! Oh! DLC-Teile! Moinsen! Ja gut! Spoiler! Fangen wir mal ein neues Spiel an. Ich muss ja sowieso ein neues Spiel starten, da ich das Spiel besser noch nicht gespielt habe. Moin, Meister! Ich spiele jetzt schon lange. Mal gucken, ich weiß auch nicht, wie ich das ganz regeln werde. Mal gucken, ich bin. Mal gucken. Okay, bitte. Mal gucken. Mal gucken. Wer war das? Ich kenne das Game von Gronkh, aber ich weiß, ich kann mich von fast nichts mehr erinnern. Ich weiß, ob das der Charakter Six heißt. Das weiß ich. Okay. Okay, Feuerzeug ist mit Kreis. Gut. Ich sehe nichts. Okay, R2 ist Sachen greifen. Also runtergelegen. Muss man auch erstmal die Steuerung lernen? Ich glaube, ich will nicht so was von später, so was von verlernen. Alter, ganz ehrlich. Hast du sowas? Wir glauben, dass ich die Steuerung später nicht mehr weiß. Geh mal runter hier, Six. Dankeschön. Okay, wo genau sind wir hier? Ui. Uiuiui. Ein Schiff oder sowas. Okay, man kann ja versuchen, das wegzuziehen. Ein Büppchen. Guck mal, ein Büppchen. Oh, mit X kann ich jetzt werfen. Ich kenne mal die Dose mit. Meine Dose. Okay. Stühle. Schön. Okay. Kann ich nicht nehmen. Ich will ein bisschen rumtesten, wenn ich so greifen kann. Okay, rein da. Run. Moin. Was geht denn so, Dida? Ist das da, Dida? Ich bin klein. Ich bin klein. Ich weiß, wie sexy ich wurde. Ich bin auch klein. Geht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nein, tut's nicht. Müssen wir das halt so machen. So, hoch da. Und. Wupsala. Randa. Servus. Iii. Kühlschrank. Weil wir den Kühlschrank haben. Okay. Hätten das nix. Ist da hinten irgendwas? Oh ja, lol. Ach so. Nein. Licht an. Ich krieg schon Japanikattacken. Nein. Six bekommt ja Japanikattacken. Okay. Naja. Kann die nicht rennen? Fängt die automatisch irgendwann an zu rennen? Ist eine andere Taste fürs Rennen? Ist das Dreieck fürs Rennen zuständig? Was ist das Dreieck? Okay. Die Taste ist auch so. Die A3 Taste ist auch für... Ich glaub, rennen ist ja nicht so von Bütter. Dann kann die... Gut, bitte. Wenn genug. Mmh. Leerer Kühlschrank. Ah ne, Schuhe. Mmh, lecker. Ist ja wie bei Mutti. Irgendwas schreitst du noch mit Füßen dran. Iiii. Iiii. Irgendwas ekelhaft. Was ist das? Oh, ich mach doch mal so ein Viech. Geh weg. Geh weg. Üh, da kommt doch den Boden raus, Alter. Üh. Ne, 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 ne. Geh weg damit. Geh weg mit diesen Viechern. Oh, sechs gut. Gut, 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 gut. Bretter weg. Ich hab... Man schon gesehen, dass man die Bretter da weg machen muss. Oh, Gott moin. Irgendwelche Würmer. Widerlich. Widerlich. Pfui. Ich hab' noch nicht verstanden, wie man in diesem Game rennt. Ein Gnom. Oh, nö. Nicht so eine Scheiße. Ich hasse es. Balance zu halten. Oh, lol. Man kann die Gesicht sehen. Loll. Aha. Interessant. Ich hab' noch nicht verstanden, wie man rennt. Hallo. Ah. Alter, ich mag's nicht. Es ist dunkel hier. Ne, ne, lass mal lieber Licht an hier. Zicks. Ich hab' noch nicht so ganz verstanden, wie man in diesem Game rennt. Ich hab' noch nicht verstanden, wie man in diesem Game rennt. Ich hab' noch nicht verstanden, wie man in diesem Game rennt. Dankeschön. Rennen ist Viereck. Bitte was? Bitte? Oh, lol. Ist wirklich Viereck. Nein. Moin. WTF? Geil, was ist los mit euch? Ich hab' noch nicht. Ich will da nicht rein, Alter. Nein, geh weg. Ich hab' noch nicht verstanden, wie man in diesem Game rennt. Ich hab' noch nicht verstanden, wie man in diesem Game rennt. Soll ich euch die tote zeigen? Oder? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich. Boah, dieser Strom. Er lacht mich so an. Er sagt, spring da gegen. Er sagt, spring da. Oh, nein, ich will da nicht gegen. Ich will nicht. Klopapier! Mal gucken. Hamster-Attacke! An den Schalter oben komme ich nicht hin. Deswegen Klopapier, nee, hinspringen, ausmachen. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Uff, 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 uff. Durch, 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 durch. Uff. Uff. Ah. Moin. Mein Klotz. Tschüss. Warte. Muss ich die Tester da verhalten? Wie hat sie das? Ja, muss ich. Uff. Oh nö, was ist das? Oh nö. Oh nö, was war der Scheiß? Ah, ich ging am Bett fest. Moinsen, tschüss. Öff. Oh. das eine kaputt machen das ungesaugert und er will mich verarschen den w w w w w w w w w Schuss. 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 Okay. Hat er nur mal einen gerufen, die nicht von hier ist. Oder zumindest nicht auf meinem Bundesland. Moin. Eieieiei. Umso will ich grad weg war, hab ich mir noch was zu essen gegönnt. Und hatte bisher noch nicht wirklich was zu essen. Oh fuck. Oh fuck. Mein Ball. Oh fuck. Oh. 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 Kinder. Das ist ja Kinder. Moin. Tschüss. Die Kiste ziehen. Nein. Ich kann aber hochklettern. Ja. Nein, du sollst doch nicht. Okay, X drücken sollte man nicht. Gefährlich. Ganz, ganz, ganz gefährlich. Gut, ich bin auch nicht gekommen. Ich werde das nacheinander aufnehmen. Ich weiß ja nicht genau wann und wo das Spiel speichert. Aber okay. Ich hab dafür keine Zeit, das komplett einmal durchzuspielen. Hab ich halt einfach nicht. Ich hab nicht die Zeit von Gronkh. ja ich hab was zu essen in der kantine sommer wenn man sich nicht mehr weht, stirbt man da nach hunger oder was? moin alter die krepiert ja fast dann nach hunger give me, give me the steak dankeschön, dankeschön, dankeschön jetzt is es yum 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 ich knischte hier ein bisschen rum bei meinem fressen, ich weiß dankeschön dankeschön und jetzt esse ich dich tut mir leid, ich will ihm helfen dusch männer dusch oder kinder dusch ich weiß nicht was kann ich mit den Dingern machen hm oh lol okay das ist ein bisschen tief uff uff ich hätte gelacht, wenn ich zerquetscht worden wäre komm, dann schmeiß ich auch noch da runter tschüss 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 hirn ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße dahin das ist ja richtig Parkour hier Ist das der Checkpoint oder was? Ich freu auf diese Lichter nicht. Ne, das ist Speicherpunkte. Das sind keine Checkpoints. Das sind einfach nur Speicherpunkte. Oh Gott, nein, du dumme Sau. Geil. Oh, nö. Geil. Ich wollte so wenig sterben wie möglich. Ich dachte, ich kann... Ich habe es in der ersten Folge aber mal nicht zu sterben. Schmeiß mal den da wieder runter. Den einlädt sich jetzt mal da vorne. Okay, merken. Nicht X drücken. Nur bei sowas X drücken. Wo der Abstand in Ordnung ist. Aber nicht bei dem Ding, wo ich dann... Eine Ahnung, auf die unterste Etage knall und einfach sterbe. Ich sterbe. Einfach nur klettern. Oh nö, oder? Sag jetzt, sag jetzt nicht. Ich muss auch... Oh nö, oder? Na, Leiter. Ah ja. Hä? Oh Gott, Six, Alter. Mach da nicht so einen Scheiß, Alter. Was ist das hier? Okay. Und das hier? Ah. Okay, cool. Mal wissen, welchen... ...Ding ich da springen muss. Ist das... Ist das richtig? Okay, ja. Das ist richtig. Oh Gott. Oh mein Gott, ja. Ähm... Nee. Nee. Ähm... 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 Okay. Okay, so geht's. Und... Einen Scheiter. Und... Okay, kein Countdown. Ich weiß, das können wir Zeit lassen. Ich hab da... Ich hab da ja auch indirekte Sicherung rausgedreht, so zu sagen. Ähm... Oh fuck. Komm her, Gnomi. Freunst du hin? Komm her, komm her, komm her, komm her, du keiner Gnome. Ist der ja durch. Da ist der Gnome. Komm her, Gnome. Oh. Man kann mit dem Kuscheln. Hm. Interessant. Klar, wie schwer bist du Six, Alter? Jetzt loslassen, das wäre nicht so geil. Die ist schwerer als ein Eisenblock. WTF. Was ist mit dem Mädchen? Oh fuck. Okay. Oh nö. Wo kommt ihr denn jetzt her? Ach so, jetzt komm ich hier unten durch. Ah. Das Speicheln. Oh nö, nicht schon wieder so ne Scheiße. Oh nö. Bruder, mach da nicht so ne Scheiße, Alter. Ich bin besser wie Kronk. Moin. Moin. Zwei Tote der Erstfolge. Yay. Und die waren unfreffelig. Und die waren unfreffelig. Höh. 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 Was soll das denn? Was soll denn das dir? Höh. Höh. Drei Tote. Moin. Höh. Höh. Fuh. Höh. 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 Oh. Oh. Leck mich am Arsch. Höh. Ich weiß es nicht. Oh lol. Das Gefängnis. Abgeschlossen. Ey. Wer halten. Moin. Nein, erfolge schon das Gefängnis. Löl. Eine halbe Stunde hab ich dafür jetzt gebraucht. Moins. Na gut, dann sagt der Namco, glaube ich, neun Stunden? Naja. Eine vier, vier Stunde, vier, 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 vier Stunden lang. Na gut, vier Stunde. Äh, eigentlich hätte ich die Ze- Na? Genau, nein. Eigentlich hab ich sie nicht. Eigentlich hab ich sie nicht. Ich habe sie nicht wirklich gezeigt. Okay, wo sind wir jetzt? Naja. Ich würde trotzdem sagen, das war es hier mit der ersten Folge von Little Nightmares. Lass dein Abo da, lass dein Like da, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, weil das heißt, Six geht auf Reisen. Ciao.